Hallo und hereinspaziert zu den Neu- und Gratis-Games, der Show, in der ich euch sage, was ihr an diesem Wochenende alles kostenlos spielen könnt, was es letzte Woche Cooles gab und was die Releases der nächsten 7 Tage angeht. Wir schauen zurück auf die Highlights der letzten Woche und das war eigentlich nur ein Highlight. Das kommt jetzt. Mit Roller Champions ist diese Woche ein neues Free-to-Play-Multiplayer-Spiel von Ubisoft erschienen. Auf drei verschiedenen Rundkursen liefert ihr euch hier im Team Rollstuhlduelle und müsst einen Ball mindestens eine Runde lang festhalten, bevor ihr punkten könnt. Steuerung und Spielablauf machen schon jetzt viel Spaß, momentan fühlt sich mangels vielfältiger Gameplay-Mechaniken aber schon nach kurzer Zeit jedes Match sehr ähnlich an. Da hilft es auch nicht, dass sich die Strecken hauptsächlich optisch voneinander unterscheiden. Immerhin gibt's ne Menge Skins und mehr im Season Pass freizuschalten und Ubisoft liefert mit jeder Saison neue zeitlich begrenzte Modi nach. Aber probiert's einfach gerne selbst mal aus, Roller Champions ist auf PC, Xbox und Playstation Free-to-Play. Und damit sind wir bei den Releases für die nächste Woche angelangt und ich will nicht um den heißen Brei herumreden, es sind vermutlich jetzt eher Backlog-Wochen, denn so die richtig großen Releases werden in den nächsten Wochen eher rar ausfallen, also Zeit euren Pile auf Shame abzuspielen oder aber euch eines dieser kleinen Geheimtipps anzuschauen. Für PS4 und Switch ist Maglum Lord schon eine ganze Weile verfügbar, kommende Woche wagt das JRPG dann auch den Sprung auf Steam. Im abgedrehten Abenteuer knüpft ihr in Dialogen, Beziehungen und verschiedenen Charakteren, erschafft eigene Waffen und kämpft in Echtzeit-Side-Scroll- Gefechten. Die Erweiterung Fate of Iberia für das Mittelalter-Strategiespiel Crusader Kings 3 dreht sich wie der Name bereits sagt um die iberische Halbinsel. Auf dem Gebiet des heutigen Spanien, Portugal und Gibraltas sollt ihr damit dem neuen Struggle-Feature mehrstufige, teils Jahrhunderte andauernde Konflikte erleben können. Was braucht es, um aus einer verlassenen Insel eine riesige Industrieanlage zu machen? Richtig, extremst loyale Arbeiter und gutes Planungsgeschick. Ob ihr dieses Talent habt, dürft ihr in Captain of Industry vom Entwickler Murphy Games selbst herausfinden. Neben Fabriken könnt ihr auch Forschungsanlagen oder ein eigenes Raumfahrtprogramm auf die Beine stellen. Dafür baut ihr Gebäude auf, Ressourcen ab, ebnet den Boden, erkundet euer Einland, handelt mit anderen Inseln und so weiter. Am 31. Mai startet Captain of Industry in den Early Access. In zwei bis drei Jahren soll aus den Entwicklern die Vollversion erscheinen, die dann wesentlich mehr Spielmechaniken, Übersetzungen und Mod-Support bieten soll. In der Weltraum-Simulation NOVA sollt ihr als Pilot verschiedene Raumschiffe und Shuttles in Missionen um den Planeten NVA-31 fliegen. Dabei gibt's aber keine wilden Sci-Fi-Ballereien, der Fokus liegt auf Forschungs- und Transporteinsätzen bei höchst realistischer Simulationen der Flugeigenschaften. Nemesis Lockdown ist ein rundenbasiertes Horrorspiel, das auf dem äußerst beliebten gleichnamigen Brettspiel basiert. Eigentlich geht es nur darum, so schnell wie möglich von der monsterverseuchten Basis vorzukommen, eigentlich ganz einfach, wenn da nicht ein paar mehr oder weniger lästige Hindernisse wären, wie beispielsweise Monster, die hinter jeder Ecke lauern können oder die Objectives, die wir erfüllen müssen und uns gerne in eine komplett andere Richtung lotsen, als wir rennen wollen. Oder die versteckten Verräter. Denn obwohl es in Nemesis Lockdown um Koop geht, können sich unsere Mitspieler auch einfach gegen uns entscheiden, was meistens tödlich endet. Als junger Zwergentüftler wagt ihr euch in Dwarf in die monsterverseuchten Höhlen des untergegangenen Zwergenreichs und versucht, das vergessene Wissen der Kriegsschmiede zu retten. Dadurch stehen euch mit der Zeit immer neue Geschütztürme und Fallen zur Verfügung, die strategisch gegen die dort hausenden Monsterhorden eingesetzt werden. Und spätestens jetzt ist bei euch der Groschen gefallen, Dwarf ist eine Mischung aus Tower Defense und Dungeon Crawler. Ihr könnt die gefundene Technik auch upgraden, Bosskämpfe mit Strategien und guten Reflexen bestreiten und mächtige Artefakte finden. Alles mit dem Ziel, die finstere Hexenkönig Vandra davon abzuhalten, die Oberfläche zu erobern. Dwarf ist ab dem 31. Mai verfügbar. Das Offroad-Spektakel SnowRunner ist für PC und die letzte Konsolengeneration schon 2020 erschienen. Ab kommender Woche dürft ihr dann noch auf PS5 und Xbox Series im Dreck spielen. Die Next-Gen-Fassung bietet 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS sowie haptisches Feedback auf dem DualSense-Controller. Wer bereits die PS4 und Xbox One-Version hatte, darf übrigens kostenlos upgraden. Das Geschäft der futuristischen Hightech-Söldner in Leap verläuft nach streng kapitalistischen Regeln. Wer euch am meisten zahlt, bekommt euer Können und Waffenarsenal zur Verfügung gestellt. Bis zu 60 Spieler sollen dann entweder für die Koalition der Erde oder die Exoterraner gegeneinander in die Schlacht ziehen. Jeder Söldner kann sich dank eines eigenen Gefährds wie Hoverboards oder mechanischen Elchen schnell in die Schlacht stürzen, mit seinem Anzug Fähigkeiten wie den Orbitallaser einsetzen oder mit dem Enterhaken in luftige Höhen aufsteigen und so die Feinde von oben unter Beschuss nehmen. Am Ende gibt's dann die vereinbarte Belohnung, für die ihr Skins, Vehikel und neue Waffen erhaltet. Leap startet am 1. Juni den Early Access. Silt lässt sich im Deutschen mit Schlick oder Schluff übersetzen und bezeichnet Feinböden unterschiedlicher Abkunft. Wie passend, dass es in dem Adventure Silt genau in Richtung des Schlicks geht, während wir eine monochrome Welt voller fremdartiger Kreaturen erforschen. Um durch die verwinkelten Unterwasserwege zu kommen, winden wir uns geschickt an Feinden vorbei oder übernehmen andere Meeresbewohner, die mit ihren besonderen Fähigkeiten oder ihrer Größe an Orte gelangen, die uns normalerweise verwehrt bleiben würden. Ob wir uns dabei mit Grob-, Mittel- oder Feinschluff auseinandersetzen müssen, geht aus der Spielebeschreibung nicht hervor, aber wir fanden die Unterscheidung so kurios, dass wir sie mit euch teilen wollten. Eine Metroidvania-Spielwelt, 16-Bit-Pixel-Grafik im Retro-Look und jede Menge Kämpfe erwarten euch im Sidescroll-Plattformer Soldiers, in dem ihr in eine Fantasy-Welt um Leben und Tod kämpft und dabei auch gegen knifflige Bosse antreten müsst. Habt ihr keine Handys? Nicht schlimm, denn Blizzard hatte bei Diablo Immortal ja Teufelserdank noch ein einsehen und wird das Spiel nicht nur für Smartphones veröffentlichen, sondern auch für den PC. Das bedeutet, dass ihr nicht nur mit und gegen Mobile-Spieler antreten könnt, sondern auch, dass ihr euren Fortschritt am PC am Smartphone fortsetzen könnt. Andersrum geht's natürlich auch. Diablo Immortal setzt bei der Spielmechanik auf das bekannte Prinzip der Hack-and-Slay-Reihe, also Monster kloppen, Loot sammeln, aufleveln und die düstere Atmosphäre genießen. Die Open Beta für Diablo Immortal startet am 2. Juni für den PC und haltet euch fest auch für Android und iOS. Sämtliche Wortschritt aus der Beta sollt ihr auch in die Vollversion übernehmen können. Wenn ihr an manchen Tagen auch einfach mal alles kurz und klein trampeln wollt, dann ist Gigapocalypse ein Spiel für euch. Dort lüpft ihr nämlich in die klauenbewährten Füße eines von neun riesigen Monstern, den sogenannten Gigas. Deren Aufgabe ist es, so viel von den liebevoll gestalteten Pixelwelten wie möglich zu zerstören und Attacken der Verteidiger standzuhalten, bis es am Ende einen epischen Bosskampf gibt. Wenn ihr gerade keine Häuser platt macht, könnt ihr euch ähnlich wie bei Tamagotchi um eure Gigas kümmern, das Füttern, um Sorgen und dafür Sorge tragen, dass es ein schönes Zuhause hat. Denn auch Weltenzerstörer möchten es einfach mal gemütlich haben. Und jetzt kommen wir zu den kostenlosen Spielen am Wochenende. Das ist diesmal nicht so viel, dafür ist aber die Qualität der Sachen, die ihr da kostenlos bekommt, sehr hoch. Hier kommt die Übersicht. Im Epic Games Store gibt's diese Woche gleich drei Spiele geschenkt, nämlich die remasterten Versionen von Bioshock 1, 2 und Infinite als Bioshock The Collection. Daran enthalten sind neben den Singleplayer-Kampagnen auch jegliche DLC-Erweiterungen, der Multiplayer von Bioshock 2 ist aber nicht mehr dabei. Noch bis zum 2. Juni könnt ihr euch die Sammlung für immer sichern, wenn ihr sie bis dahin eurem Epic Account hinzugefügt habt. Auf Steam gibt's dafür diese Woche die strategische Überlebens-Simulation Bomber Crew geschenkt. Darin befähigt ihr die Besatzung eines Bombers durch gefährliche Missionen und müsst diese rechtzeitig zu den verschiedenen Stationen der fliegenden Festung buxieren. Doch bis zum 2. Juni könnt ihr euch Bomber Crew auf Steam sichern und dann für immer behalten. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Aus dem Team haben heute am Brückentag alle Urlaub und zocken irgendwas. Wir haben aber nicht gesagt, was sie spielen. Das heißt, ihr könnt raten, was sie spielen. Oder ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr gerade so spielt. Ich stecke immer noch mittendrin in Horizon Forbidden West, hab inzwischen 100 Millionen Fotos geschossen, die ich dann irgendwann auch demnächst mal veröffentlichen will. Außerdem hab ich mich in VRising ausprobiert. Das macht großen Spaß. Könnte also die nächste Sucht werden. Mal sehen, wozu ich da am Wochenende komme. Euch vielen Dank fürs Zuschauen diese Woche. Schaut natürlich auch in all unsere anderen Videos rein und abonniert den Kanal. Euch jetzt noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Weiterspielen!